Elfie, 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 Elfie! Du hast aber einen schönen Wald. Wie heißt du denn? Elfie, Elfie! Die Polizei hat auf der Suche nach dem unbekannten Mörder das Gelände rings um die Stadt planmäßig abzustreifen. Mit jedem Tag erweitern wir das Fahrnungsgebiet. Ihr seid von vorne, was? Die Polizei? Nee, den holen wir uns selber, ja. Gerade darum muss die Polizei doch eher noch so kleine Sprung verfolgen. Jeder Mensch auf der Straße kann der Täter sein. Polizei! Ich bin nicht in eine Wurte! Wurte! Burscht! Also, endlich sind wir uns das an unsere Sprung! Aber diese Bestie hat kein Eingangswegstier, die muss weg, die muss ausgerufen werden, verkehrt, ohne Gnarrung am Herbstrick. Kann ich denn, kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verflucht in mir, das Feuer, die Stimme, die Qual? Untertitelung des ZDF, 2020